mehr tastaturen fürs ipad heute im kurzen schnelldurchlauf von logitech das ultra thin keyboard das wirklich sehr sehr dünn ist in dieser sandwich konstruktion die hier gebaut wird über die magnetische lasche die wir schon vom smartcover kennen eigentlich eine relativ clevere konstruktion hängt sich einfach hinten dran das ipad und klappt sich zusammen bietet aber die gleichen vor und nachteile das heißt es liefert keinen rückseitigen schutz für das ipad und wenn man die tastatur und das display so aufeinander hat und mit dem finger verschiebt es gibt keine sicherheits lasche das irgendwie zusammenhält also wenn man ja die seiten auseinander drückt dann löst sich auch diese lasche relativ schnell diese magnetische lasche findet sich auch in dem stand also in dieser vorrichtung wo man das ipad dann hochkant oder auch irgendwie seitlichen position rein stellt steht da ziemlich ziemlich fest das fand ich fand ich gut es gibt natürlich zusatztasten auf der tastatur die ipad spezifisch sind das heißt oben links wo die escape taste auf einer normalen tastatur wäre ist die escape ist die nicht nicht die escape das sondern ein home button das ist ganz cool um beispielsweise irgendwie mal schnell das programm zu wechseln oder schnell zurück zu springen die anderen funktionstassen schießen in eine ähnliche richtung copy and paste und lautstärke und die wiedergabe von musik lässt sich darüber starten insgesamt ist das ein sehr sehr feines tipp gefühl ich habe da jetzt vier tage darauf rumgehackt und ja ich mag darauf schreiben es macht spaß und der anschlagspunkt ist entsprechend dieser dünnen konstruktion und den möglichkeiten okay insgesamt ist das paket okay ein bisschen preis stark mit fast 100 euro oder 100 euro logitech verspricht monate voller akkulaufzeit dem bleibe ich skeptisch gegenüber das wird noch mal im auge behalten ja insgesamt aber eine feine konstruktion die logitech ultrathin keyboard sandwich lösung lösung